Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen nach der 42. Welle. Bis auf die üblichen Schnitzer, dass ich da drin springe und gestorben bin. Ist ja alle die gelaufen. Ja, was lieg denn jetzt an? Also ich will jetzt lospesen. Ich hoffe jetzt, dass das Öl so weit fertig ist. Wahrscheinlich nicht. Achso, ja, ja, ja. Und dann schnell kicken, ob das mit den Schwefel hinhauen tut. Jo, Wartungskits sind da. Hinten sollten wir auch kommen. Jo, und dann Rüstung und dann langsam mal Richtung Boss war. Boah, erstmal muss ich hier rauskommen. Naja, so wird nischt. So. Na? Er kam, er sah, er kam da durch. Gar kein Problem. Sie sind überhitzt. Gar kein Problem. Äh, eigentlich hatte ich... Ja, hab ich. Aber ich hab den Rest nicht mit bei, wa? Warte mal, ich guck nochmal, ob ich den Rest mit bei hab. Also rein theoretisch sollte ich, aber... Ich seh hier nur die Cola, wo's mein... Ach, da ist er noch. War ich mit dem Kaffee. Ja, der gemacht hab ich das immer noch nicht. Halt! Bevor wir abhauen. Ach, übrigens, wir haben wieder nix, äh... Mäßig, äh, Spulen bekommen. Warte mal, hier hinten sind ja auch noch zwei Giants verreckt. Vielleicht hab ich ja hier nochmal Glück. Aber das glaube ich ja nicht. Warum seid ihr ausgerechnet jetzt so passieren? Ah, da sind schon mal zehn Blätter gekommen, Forschungs... Ich glaube, das kriegste ja auch nicht mehr. Den Scheiß. Ja, uns fehlen nämlich die, äh... gewissen Spulen. Wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, wo man die herkriegt. Da ist auch vielleicht einer krepiert, aber hat uns nix hinterlassen. Nö. Nein. Also drei Giants, dreimal nichts. Und das ist jetzt ja ungefähr der Moment, wo ich sage, gibt nichts. Gibt's... Gibt's nichts zu sehen. So, warte mal, die Bäume hierin zwirbeln. Und dann machen wir los. Nur schnell hin. Fertig machen, weil wie gesagt, wir müssen ja auch noch unsere Brücke fertig bauen. Also unter der Brücke, wie gesagt, die Öldinger, die werden wir jetzt auch denn, wenn sie fertig sein, sollten abreißen und mit einer drinnen nehmen. Und ich hab schon so eine Idee, wo ich die hinsetze. Wir haben ja da ein Pumpwerk. Da hinten. Da steht ja Pumpwerk. Vielleicht ist ja da die Möglichkeit, dass man da ein bisschen mehr absnicken kann. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber dafür bin ich ja da. Wahrscheinlich wisst ihr das schon. Ich ja noch nicht. Also lasst uns das ausprobieren. So, das haben wir jetzt auch durch. Alles voll belegt. Schön. Jetzt können wir los. Und zwar schnell, denn es sind zwei, drei Zentimeter. Naja, wenn nicht, dann baue ich die anderen Maschinenbel ab. Und stelle die dann da hinten auf und dann auf den Weg zurück. Nehmen wir die mit. Beim nächsten Mal. Dann werden die nicht hochgefüllt. Ganz einfach. Von nichts kommt ja nichts, ne? Na, die sind auch nur am Pumpen. Das bringt mir nichts. Dann lasse ich die mal, es sei, das ist eine Minute, dann halten wir die eine Minute auch nur aus. Dann geht's auch noch die eine Minute. Aber ich glaube nicht, dass das eine Minute ist. Kannst du mal das Schild aus der Hand legen? Das hat dir gestern auch nicht geholfen. Drei Stunden, das ist mir zu lang. Das ist eindeutig zu lang. Das heißt, ich schraube erstmal die paar hier ab. Ja. Und stelle die dann da hinten auf. Hätte ich sie ja nicht erst in die Hofstellen brauchen. Ja, ja. Ist mir bewusst, aber der Gedanke kam mir noch nicht, dass ich die umbaue da hinten hin. Also schon ein bisschen, aber ich hab gedacht, dass die fertig werden und dann... Ja. Bisset geknärt. Die kommen jetzt bei der Pumpenstation da hinten hin. Und sollte sich rennen... Jawohl, dann kann ich die ja hier stehen lassen. Und dann auch gucken, ob das sich lohnt. Und dann erst abreißen, wenn das sich lohnt. Ja, das ist noch besser. Das klingt... Klausibel. Clever. Genau. Clever ist das, was ich gesucht habe, das Wort. Also reißen wir die noch nicht ab. Reiß denn hier ein? Erstmal nichts. Ich bin jetzt dann überlegen, ob ich die auf dem Gelände hinstelle. Also... Kopfmäßig macht das jetzt sehr, sehr viel Sinn. Siehste, er ist auch dafür. Er knuckt mich an. Scheint wohl auch... ...ne Bestätigung gewesen zu sein. Ich verstehe Zombien nichts. Zombisch kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Ich muss versuchen, die Autos jetzt auszuweichen. Und so wenig wie möglich gegenzuditschen. Weil ich da noch kein Holz oben reingeschmissen habe. Oder Eisen und Hassnesee. Die sind noch nicht repariert. Was für uns ja nicht so gut ist. Weil im Schnitt habe ich nämlich mitgekriegt. Also ihr wahrscheinlich nicht. Hab ich das draus geschnitten? Ich glaube ja. Ich weiß nämlich, wann ich... ...letztes Mal das Ding da hinten... ...da vorne. Da hinten vorne. Verloren hab. Das war nämlich hier auch in der Wüste. Aber da hast du ja genug... ...ääh... ...Platz. Du hast ja da auch... ...so eine Umsäunung. Ich kann mir vorstellen, dass das genau das ist. Da sollst du bauen. Mensch, da. Genau da. Da macht das Sinn. Wenn du das nicht da machst... Jetzt gehe ich ihn auf den Sack. So, einschlagen. Auf wem? Entschuldigung. Auf ihn. So, ich würde mal sagen... ...Rinder. Jetzt ist die Frage natürlich... ...sehr viel Platz. Sehr viele Möglichkeiten. Aber da hier... ...hier ist doch frei. Hier ist doch so viel Platz. Also wenn nicht hier... ...dann wo denn sonst? Es wurde gespeichert. Habe ich auch so schon gemacht. So, kann ich hier... Ja, es geht. Es geht wunderbar. Nun gut. Dann würde ich mal sagen... ...hier. Jetzt will er einrasten. Ja. Ach, das war schon. So, und dann nennt hier so... ...zack, bumms. Und dann sollte das funktionieren. Glaube ich von da. Ganz einfach. Sechs Benzin. Sollte reichen. Sollte doch, oder? Wer jetzt vernichtet der Hoch noch? Na, obwohl ihr könnt ja auch... ...die Fässer, die ich gesammelt habe. Ach nee, jetzt wehe. Mit der Musik, die Fässer... ...die ich schon eingesammelt habe. ...umwandeln. Die ganzen Neuen. Da wird mir ein Loch reißen. Das sag ich euch. Wie gesagt. Wenn's denn funktionieren sollte... ...funktioniert's. Aber wir können ja dann auch erstmal... ...im Schneebium schön lücken gehen. Immer durch da. Ja. Oh, jetzt schon langsam. Hallo. Ich bin wieder da. Ja, gut. Ich hab gedacht, ich kann da durchfahren. Hat nicht so funktioniert, wie ich gesehen hab. Ähm. Ich habe jetzt 25 Benzin noch nebenbei gesammelt. Aber, naja, gut. Ich hab mehr Fässer gesammelt, als... ...nutzen rausgezogen. Das stimmt halt nicht immer, dass du was kriegst. Siehste? Da schon wieder nicht. Alle nicken hier. Ihr siehst da schon wieder. Ach, Mann, 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 Mann. Sag jetzt nicht, ich hab jetzt 400 Benzin verbraucht. Ich habe 400 Benzin verbraucht. Bis hierher. Wat? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich brauche 400... 400... Ist das hier, weil ich hier ständig an und aus, an und aus, oder wat, oder wie? Der Verschleiß, wisst ihr? Oh mein Gott, Alter. Ich brauche 400 Benzin bis nach Hause. Na, dit kann ja wat werden. Prostata... äh, Prost Mahlzeit. Ich hab ja jetzt grad mal 270. Oder ich hab mich verkickt. Vielleicht waren das ja keine 400. Vielleicht haben wir bloß 400 eingebildet. Ja, dat is it. Dat wird dat sinn. Ich hab ja keine 400 eingelegt. Die waren wahrscheinlich bloß 180, oder so. Oh, 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 oh. Die Lieferung ist angekommen. Ups, Entschuldigung. Na, da werden wir uns erstmal richtig schön bedienen, wa? Ich glaube, ich hab aber auch noch kein Gebäude. Also jetzt, ja. Außer nitte, wo so viele Fässer liegen. Mal hier. Das sind ja schon... Oh, oh, und auf der anderen Seite ist ja auch normal. Juh, da musst du natürlich auch Glück haben, dass jeder wat bringt hier. Aber bis jetzt... Oh, wenn nicht... Doch, das ist ja auch nicht mal so verkehrt. Achso, da raus. Los, gehen weiter. Was geht's denn? Hier, warte mal. Ja, ja, ich weiß. Ich bin stärker als du. Na, ich trage einen Panzer. Oh, ich sollte die nicht tragen. Ich sollte fahren, wa? Na, wer ist schneller? Na, wenn ich länger erwarte, denn ihr. Na, ne, hab ich jetzt was, ihr kriegt, ja, hab ich. Seht meine neue Rüstung und fröhstet euch. Denn ich werde euch auseinandernehmen. Ohne Rücksicht und Verluste. Gießt ihr? Ohne Verluste. Also bis jetzt, ja. Macht euch alle Fridde. Jetzt macht ihr mich Fridde. Arbeitet ist mir Banane. Oder Würsingkohl. Juhl. Redet hier zwischen die Hoden, jo. Oh, Hodenkobold. Der sieht aus wie Frankenstein. Habt ihr ihn hier sehen? Der sieht aus wie Frankenstein. Joa. Hab ich mir nämlich gestern angeguckt. Also nicht Frankenstein, sondern, äh... Van Helsing, Mensch. Ich finde den immer noch gut. Mit olle Dings hier, äh... Wolverine hier, Dings. Das war ein Helsing. Kann ich was für sie tun? Aber sie sind doch Mönch. Nein, ich bin doch Strauelsbruder. Ja. Gut. Ne, das ist fast, das ist... Bringt das fast jetzt auch nicht weiter. Ihr seid. Und wenn das jetzt, äh, hinhauen sollte, dann bleibt das da. Wenn nicht, dann kommt das vielleicht... Äh. Kommt das vielleicht halt nach vorne hin. Aber gut. Äh, äh... Ich muss das ja versuchen. Es wurde geschrieben. Und ich hoffe, dass ich das so verstanden hab. Also, ich hab's ja so verstanden. Aber ich hoffe, dass ich das richtig verstanden hab. Verstehen wir uns? Ähm... Und dass das jetzt richtig schön scheppert. Es wird scheppern. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich frage es, ob es mir so gefällt. Ey, wir haben 40 Benzin. 30 kommen auch wieder zurück. Krass. So, dann muss ich bloß noch genug Zeit verschwenden. Wie war ich gerade wegen den Tonen da oben? Oh, die ist nicht dein Ernst. Jetzt ist die Benzin schon alle, oder wat? Ja, damit wat trage ich denn hier? Es guckt, der Benzin ist auch nicht mehr. Das war das mal wahr. Alter, der ist ja ein Schluckspecht, sag ich euch. Ihr Wohin. Der ist ja fast genauso schlimm wie der Panzer. Kann doch nicht wahr sein. Das geht so nicht. Ich kann doch nicht viel... Das geht so nicht. Dann bin ich ja... Vielleicht ist das das Alteisen. Vielleicht muss ich mir einen neuen bauen. Da sind wir. Jetzt bin ich gespannt. Na denn? Warten Sie mal. Ne, kann ich gerne danach. Obwohl. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Aber das soll euch wahrscheinlich auch gefallen. Da, seht ihr? Ich bin 2 cm gefahren. Alter, was ist... Was ist denn mit denen los? Bist du kaputt, oder wat? Haben die irgendwas geändert? Und ich hab's wieder mal nicht mitgekriegt, oder wat? Oder wie? Der ist ja schlimmer als... Äh... Der Motorrad hier, äh... Die, 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 die... Kleine hier. Schon mal kein Kupfer... Äh, kein... Schwafel. Da war, glaube ich, Schwafel gewesen. Nee, auch nicht. Dann hab ich's mir eingebildet. Bin da kein Schwafel? Ich glaub, das ist ne Flinte, das ist ne Flinte, ist das da. Ah, doch. Jetzt, viermal Schwafel. Jetzt. Nachwesige. Nochmal vierer. Also, ich muss über 30 kommen. 40. Also, schon ein Gewinner. Wie gesagt. Dankeschön. Für diesen glorreichen Tipp. Äh, und Kupfer, äh... Aber die ganze Kupferkrieg, das ist ja... Das ist ja ein Traum, ist das. Das ist ja nicht, was ich mir den ganzen Kupfer und den ganzen Eisen machen soll. Deine Base-Off-Werten. Endlich mal. Jetzt musst du bloß noch 20.000 Mal Holz hinknattern. Dann hast du das doch. Dann, dann kriegst du das doch hin. Also, halten wir fest. Insgesamt 48. Das heißt, wir haben bis jetzt ein Plus von 18 Scharwafel. Wir haben aber auch jetzt zwischendurch eh mal ein 8 da drin gehabt. Aber auch gern schon viele Nieten. Oh, Jute, das hatten wir da hinten auch gehabt. Da waren auch gern schon viele Nieten. So, jetzt sind noch 30 Stück davon. Jetzt brauchen wir bloß auch noch eine Holzfarm. Dass ich dann auch schaffe, die ganze Schuße zu verarbeiten. Jut, ich kann die Stämme auch verarbeiten. Dass ich irgendwann mal das Eisen fertig kriege. Aber braucht das ja auch für Munition. Naja, Jut, wenn das jetzt auch noch mit dem Benzin in Hauern tut. Dann ziehen wir das auch noch um und dann ist es gut. Alter, dann baue ich eine Front aus Flammenwerfer. Wir kommen zwar nie wieder hierher. Aber das geht dann wiederher. Da ist noch ein Schreier. Einmal die Tür zu machen, soll ich mal. Den hört jetzt keiner mehr schreien. Jut, vielleicht doch. So, Jut, das haben wir fertig. Wo bist denn jetzt? Hä? 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 Wo bist denn du? Das war so klar, Alter. Macht mal nix kaputt hier, ja? Ihr Pennerse, ihr... Ich hab mal gesagt, wir haben hier. Schweine. Oh, Alter, und wenn ich die Kohle hätte... Oh, ich müsste mir hier die Schmelze und so hinstellen. Dann könnte ich die Gold hier... Ja, gut. Das müsste ich ja da vorne machen. Ah, dann knattert schön weiter. Der Kabinid jetzt erstmal lupen. Wo ist er jetzt erstmal, ja? Äh, wie gesagt, ich will ja da oben hin. Ja, Jut, mal gucken, was das da oben gibt, ja? Also entweder wird das jetzt ein Reinfall... ...oder für uns ein Zufall. Na denn, Prost, Mahlzeit. Weg wieder da oben. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Das ist ja zu der Mine. Ich will ja nicht zu der Mine. Äh, nicht zu weit, Cabin. Nicht zu weit. Da oben will ich hin. Da ganz oben. Jetzt muss ich bloß noch finden, wo da oben ist. Na, da oben. Ja, wo da oben. Gespeichert. Oh. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Zeichen. Das sind kein Taki-Zeichen. Wir sind raus in das Geschäft. Ist das Gebäude hier questmäßig? Warte, tata. Ja, das wird auch so angezeigt. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ich kann ja trotzdem da oben looten. Vielleicht ist ja was vernünftiges für uns da oben. Komm ich da überm Pärchen? Da kickst du dir eh ein einzigmalen Berg an. Und zack, bumms. Auto weg. Ein bisschen was sparen, wa? Versuchen wir nochmal. Ein bisschen was sparen, wa? Alter, was ist denn hier los? Hat da überall steht hier was im Weg? Willst du mich verarschen, oder was? Ein Stück Holz, oder was? Du bist ein Panzer, Junge. Ein Panzer. Der musste kaputt machen. Kaputte Ding. Er wollte jetzt gerade nicht rumlenken. Was fandet denn? Die sollen sich mal wieder schön hin auf der 12 heben. Dann hab ich meine Ruhe. Das ist sehr, sehr hoch. Das kann das doch ja nicht sein, oder? Ja. Jetzt hab ich ihn auch gesehen. Ich hoffe... Ich hoffe. Was denn das da? Da hab ich noch was gesehen. Ist denn doch nicht der Turm? Oder doch. Ist es doch. Mieset nicht. Was ist denn das nun? Giftet da ein Eingang? So ein großes Ding ist jetzt doch nicht umsonst da, oder? Jetzt stellen die doch nicht einfach hier so hin. Warum sollten sie denn so weit machen? Für eine Ablenkung des Kabins. So, warte mal. Ja, da sind ja auch Leute drinnen. Moins! Ja, ich will mir mit mal angucken. Vielleicht zieg ich ja um. Mir fällt mir hier... Aua. Ja, ja, ich geh's. Autsch. Kann ich nochmal? Mann, ey. Jetzt hast du so einen Waden... Ey, was ist denn das? Ich hasse Waden, weißer. Die weißen immer eine Waden. Die sind ja kacke. Ach, ja. Kannst du wohl nicht ohne mich. Der stinker ist hoch da. Nein, 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 nein. Und jetzt hat der auch mich noch... Ey. Jetzt wehe. Wehe. Ich hasse euch. Jut, ich bin noch nie so weit weg, oder? Das ist unbedingt der nicht... Ach, ich bin da. Schwer atmen. Ich hab' ich schon mal erwähnt, dass ich keine Lebensenergie genommen hab. Bin bleib raus. Hi, der Witzka. Warte mal, hab ich hier noch was? Ja, hab ich. Wie konnte ich das vergessen? Das ist ne gute Frage. Ich hab' einfach nicht dran gedacht. Du nicht. Vielleicht doch. So. 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 Ne, so nicht. Polter, die Polterin, äh, auf ihm. So. Das hast du davon. Mann, ey. Sein Käse-Arten ist aber auch scheiße. 2x2, 1. Das wird ja immer besser, wird das. Also negativ. Negativ. So. Warte mal. Warte, 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 warte. Nur wegen dem Kack-Waden-Beyeser. Und dann war ich raus. Aus dem Geschäft. Und sonst so? Ich kann mir vorstellen... Nee, doch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass das hier irgendwie ganz zum Schluss der End-Big-Big-Boss-Platz ist hier. Seine Residenz. Oh, nee. Hallo. Hallo. Ja, jetzt sind es zwei, oder was? Kannst du mich verarschen, oder was? Nee, geh will er. Schnauze voll. Warten sie mal. Warten sie mal ab. Man trifft sich immer zweimal zwischen die Augen. So, warten sie. Keine Munition. Warte mal, kann ich die nicht? Ja, kann ich. Stopp! Stopp alle! Wann ist mir eigentlich nicht egal? Erstmal eher hier. Moins. Ja, kotzt dich doch aus. So, jetzt bin ich dran. Ja, wie geht's? Warte mal, ich brauche mal ein Schild. Autsch. So, jetzt halt mein Schild. So, ihr loschen, ihr... Autsch. Kabin, große Klappe, tiefer Fall. Ja, ich weiß. Oh, Ena ist ja nur da, wa? Naja. Hier piekst dich. Kann ich auch so? Tschüss. Schön eingereichtet habt ihr hier. Kriegt denn auch hier Loot? Sieht alle zu leer aus. Nee, 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 Freundchen, ja? Erstmal hier eher noch hart machen und dann abhauen wollen, oder was? So, ich schnitze die Füße weg. Oh, da ist noch was. Weg jetzt, ihr kriegt. Ein Schild, yay! Ich will aber ein Schwert haben. Und zwar jölig. Das wäre mal jölig. Aber gut, vielleicht dauert es hier noch. Alter, habt ihr gesehen, wie groß der Turm ist? Aber es liegt nicht ganz nah oben. Geht's wahrscheinlich doch. Na, 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 na. Autsch. Eine gehende Leere. Mal gucken, wohin das geht. Aufwärts. Alter, eine Runde Bullen. Yes! Yes, wie Ken. Ich will hier bleiben. Nee, 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 warte mal. Mann. Und jetzt mischst du dich auch noch ein. Triton, 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 Triton. Und tot. Was? Krieg dafür? Äh, ne Kniffe. Are you dead? So. Ja, doch. Wartet mal ganz kurz. Ich muss euch töten. Danke sehr. Autsch. Na gut, diese Fuzzis sind natürlich die Chance, so ein Schwert zu kriegen, ne? Also, wenn wir Glück haben. Hat ne, bis jetzt so funktioniert. Nicht so funktioniert, aber... Gut, vielleicht haben wir ja irgendwann mal Glück. Er mag wohl kein Bullen. Ist der jetzt tot? Ne, ist er nicht. Jetzt ist er tot. Hallo. Sammeln Sie das auf, bitte. Dankeschön. So, da oben. Die Party, wa? Er tretet und sie muss jetzt ausbaden. Haha. Warten Sie mal bitte. Hey, sieht der aus wie Godzilla. Höhöhö. Sorry. Ich wollte noch schützen, aber... Das ist ein Dead Viener. Der sieht anders aus. Oder? Ne, bitte ich mir nur einmal. Nö, der ist genauso ne Dusche. Höhöhöhö. Hab nix gesagt. Noch ein Schild. Langsam kann ich mir Schilde schmeißen. Aber das muss ja irgendwas vernünftig hier oben sein. Das ist ja nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier nichts, nichts ist. Alter. Achso, die sind ja alle leer. Weiß'n das für'n Kack? Aber hier sind noch sehr, sehr viele Räume. Hier, gehen Sie mal bitte weg. Na, zu spät. Räume. 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 Also, wenn da... Hier ist ja eher wie groß das Ding ist. Wenn ich hier eben so ein Schwert kriege, ist es doch schon jetzt so, dass es sich den Lohn tut. Räume. Autsch. Wasserbad für mich? Natürlich nicht. Geizkragen. Hier ist alles... Nichts ist hier. Hier ist ja ja nur Strinne. Ich hab so das Gefühl, dass das hier so ein Questgebäude ist. Alles andere würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder das ist einfach bloß ein Raum, der in Planung ist, aber noch nicht fertig. Aber das ist doch... Das ist doch die... Das ist doch die 1er Version. Das kann doch ja nicht sein. Es muss ja... Schon... Alles fertig sein. Hallo, jetzt hört doch mal auf hier. Vor allen Dingen du da unten. Was soll denn, bitte? Und? Ein Hammer. Ein Hammer? Haben wir es oder haben wir es nicht? Aber der ist sehr, sehr langsam. Aber spaßig. Es sei ich sterbe. Dann ist es nicht mehr spaßig. So, hier ist nichts. Ah, da hätte ich jetzt gedacht, das ist ein Buch. Ich glaube, sie sind schon wieder da. Wir warten sie mal. Das geht ein bisschen schneller. Oh. Warten sie mal. Nee. Nee. Jetzt. Immer rauf auf der Luzi. Hau den Hammer. Äh, Lukas. Aber das ist kacke. Ist viel zu langsam. Na gut. Vielleicht, wenn du das aufwerten tust, dann kann das vielleicht so eher noch besser sein. Aber jetzt in diesem Fall ist mir das einfach zu langsam. So, was haben wir denn hier? Nichts. Nichts, nicht, nicht, nicht. Dann komme ich mal raus. Was sind die? Das hier. Halten wir fest. Ein Raum mit nichts. Aber von da oben muss ich eine gute Aussicht haben. Ach, doch nicht so leer, Mensch. Ihr verratet uns doch. Wartet, ich komme. Das war alles? Nee, das kann doch ja nicht alles sein. Habe ich hier irgendwas übersehen? Weil ich dich hier ja nie weiter. Ach, hier. Da geht's weiter. Aha. Ich wollte jetzt gar sagen. So ein hohes Haus, aber bloß zwei, drei Etagen. Das dauert mir zu lange. Das dauert mir zu lange. Und da geht's dann weiter hoch. So. Alle nach und nach, ja. Ja. Da ist auch ein Buch. Da ist eine Explosion. Ey, aber ich... Ich verstehe das nicht. Hier ist so viel... Aber hier ist ja gar nichts. Also kein Loot, nichts. Außer Mutanten. Nie. Ich versuche mal ohne Hände und ohne Arme zu krabbeln, du. Äh, noch mehr 20 Stücke. Noch mehr 20 vor allen Dingen. Da nix. Oh. Aha. Hier kannst du so eine Karte herstellen. Und zwar... Achso, habe ich unten. Ich gehe mal davon aus... Genau. Und ich habe erst eh eine Sohne. Und die anderen Teile brauche ich noch. Uuuh. Das ist bestimmt richtig gut für uns. Ja, ist doch gut. Ich bin gleich bei euch. Ich muss erst mal hier ein bisschen reparieren. Siehst du, und hier ist der Boss drin. Siehste? Ich kann was hier finden, aber will er zu finden. Aber dass du hier ja nichts findest. Also kein Loot ist ja mal schlechtes, bitte. Naja. Das war es denn aber auch erst mal für heute, wa? Ich würde mal sagen, weil mehr werde ich hier auch nicht drinne finden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und, äh... Ich fräse mich mal bis unten hindurch. Wir werden aber morgen hier weiter haben. Bisschen looten. Also, wie gesagt. Schnee wie Jungen. Schönen Stuff. Ihr richtet bloß ein bisschen auf, dass ich hier kein Schwert gekriegt habe. Schöder, ja. Äh, Schöde, ja. Aber was zeigt damit so viel Schöde? Ich habe doch nur das Zwieende. Das war ein Blödsinn. Das bitte. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschö-hü-hü-hü.